Also Leute, mal wieder ein übel schlechter Witz, ne, das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, das Mikrofon hat noch keinen Ständer, muss ich es so lange in der Hand halten, vielleicht bekommt sie davon einen Ständer, ich weiß es nicht. Also, äh, zwei Freunde treffen sich, äh, eine kommt mit seinem niegelnagelneuen Fahrrad an und so, ne, sagt der andere, Mensch ist dein Fahrrad geil, das hat ja sogar schon einen Ständer.